3-0 gewonnen gegen die Sportfreunde Düren. Du warst letztes Jahr nicht dabei. Die Schande hast du nicht miterlebt. Dieses Jahr ist es besser gelaufen. Zwei Tore gemacht beim Start FC Bül. Wie war es für dich? Es war gut gelaufen. Wir sind direkt gut ins Spiel reingekommen. Es war schwierig bei dem Platz. Wir haben noch ein bisschen was wir getan haben, damit er nicht richtig gespielbar ist. Aber ich denke, wir haben das im Großen und Ganzen ganz gut gemacht. 3-0 ist sicher eine Sache gewesen. Jetzt kann gefeiert werden. Ja, auf jeden Fall. In der ersten Halbzeit hat es euch extrem schwer getan. Es war ein bisschen Nervosität drin. Warum war es in der zweiten Hälfte so einfach? Es sah so einfach aus. Es war auf jeden Fall nicht so einfach, wie es aussah. Wir haben Glück gehabt, dass wir direkt gut in die zweite Halbzeit gekommen sind mit dem 2-0. Und dann haben die hochgestanden und es war einfach einfacher. Okay, wir haben es gut gemacht. Dankeschön.